Schätze zum Handel, Schätze zum Handel, das selten zu finden, gut für, äh, ähm, Muskeln aufbauen. Ach, so Blank gute Muskeln bekommen, ach, kann sie füllen, auch gut benutzen als Schweinchenwecker. Sieg, du böser Passierer, das mein Kunde sehr lange immer treu, niemals handeln mit dir. Ich nehme es, du kannst das dafür haben. Sieg nicht haben wollen, dummes Horn. Au, Blank wollen, Blank siehe musikalisch sein, tausche Horn gegen Aufwecker und netter Blumenstrauen. Nein, Sieg muss haben, Horn. Viel Spaß damit. Blank tun gut, dessen Habenhorn des Hypnos, die falschen Händenhorn machen großen Ärger. Groscher Ärger, riecht nach großen Gewinfel, schick. Blank erinnern, Lord Cedric benutzen Horn des Hypnos. Klang machen die Guten zu Heer aus Zombies, zu Trance-Marschierern. Wächterinnen in Heatherfield wissen, was zu tun mit dir. Oh, cooler Helm gefunden. Das Blanks-Glückstag. Nein, das Jeeks-Glückstag. Oh, ich werde als Geisel gehalten. Nein, du hast Hausarrest. Das ist wie eine Geiselnahme und dazu eine Strafpredigt. Junge Dame, ich habe die Garage nicht mit diesem Kram vollgestellt. Und ich werde ihn ganz sicher nicht wegräumen. Ich werde nochmal nachsichtig mit dir sein. Ich werde nochmal nachsichtig mit dir sein. Alles, was ich will, ist, dass du die Garage aufräumst, sie vom Müll befreist und ordentlich schrubst. In Zukunft muss ich echt noch viel genauer sein. Hallo. Du? Blank haben große Neuigkeiten, große Überraschungen in Taschen. Ich habe gesagt, dass du ein paar Sachen in meiner Garage unterstellen kannst. Ein paar. Ja, und jetzt sieh dir das an. Das ist der Mount Everest, der Müllberge. Das ist kein Müll. Sammlerstücke. Blank sammeln von besten Müllkippen der Stamm. Na gut, dann kannst du mir auch helfen, alles wieder zurückzusammeln. Aber... Sofort! Oder ich schrubbe dich und diese Garage so lange, bis ihr glänzt. Oh, 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 oh. Alle Vorhersehungen haben gesagt, dass es hier wieder auftauchen würde. Was? Was willst du von uns? Das Horn des Hypnos. Muss sein Portal irgendwo. Muss sein. Muss sein. Irma, du hattest versprochen, bei der Abschiedsfeier von Frau Rudolf zu helfen. Gib nicht mir die Schuld. Gib sie blank. Den wandelnden Katastrophengebiet. Naja, wenigstens hättet ihr beim Aufräumen. Ja, noch mehr Hilfe und wir müssen das Haus unter Karanten. Es tut mir leid, aber Irma ist gerade ein klein wenig beschäftigt. So, ich werde das Handy jetzt so lange beschlagnahmen, bis meine Garage wieder glänzt. Puh, hat Irma wirklich gesagt, dass Blank bei ihr ist? Ja, ich kann nämlich den Passierergestank riechen und zwar extrem. Iiih, ich glaube, es kommt von hier hinten. Oh, es riecht viel schlimmer als sonst. So ähnlich wie Stinktierhackbraten in Fischöl eingelegt, mit Limburger Käse überzogen. Wer hat Lust auf Mittagessen? Jeek! Wie bist du hierher gekommen? Es gibt doch keine Portale mehr. Keine Portale mehr? Jeek brauchen keine Portale. Jeek sehr talentiert sein. Kommen und gehen, wie es gefallen. Gehen zurück nach Meridian jetzt. Mit dem hier. Das Horn des Hypnos? Ja. Wächterinnen, seid vereint! Er muss hier in der Nähe sein. Die Spur des Gestanks endet hier. Aber ich kann ihn nicht sehen. Glaubst du, er ist nach Meridian zurückgekehrt? Naja, wenn er das getan hat, müssen wir ihn schnell finden und das Horn zurückholen, bevor er in der Dimension alle in Zombies verwandelt. Kannst du Irma Bescheid sagen? Klar. Blank ist bei ihr. Wir holen euch dann ein. Viel Glück! Siek schlauer Passierer. Wächterinnen fallen rein auf seinen Hornentüllenplan. Schande weggeben, kostbare Beute. Wir werden es nicht weggeben, Blank. Wir werden es wegwerfen. Es ist nämlich Müll. Und jetzt ist das Beste an der Reihe. Von diesem Fußboden kann mein Vater sogar essen. Irma! Hallo, Matt. Die Wächterinnen sind auf dem Weg nach Meridian. Jeke hat das Horn des Hypnors. Dummes Gerede. Blank hat Horn in Tasche. Blank hatte Horn. Blank ausgestochen. Jeke im Handel um Horn. Aber auch gute Sachen ihm gegeben. Explodierte Bildröhre gut. Na toll. Und warum hast du mir das nicht schon vorhin erzählt? Jeke musste hierher gefolgt sein und... Oh, Blank! Wie konntest du nur dieses Horn verlieren? Nicht verlieren! Schleichender Jeke Stuhl! Das spielt doch jetzt keine Rolle mehr. Wichtig ist nur, Jeke hat es. Dann Blank helfen, es zurückzubekommen. Sieht richtig gut aus. Und das in Rekordzeit. Dieses Mädchen verdiente... Für immer Hausarrest! Blank, wieso hast du uns hier auf einen Baum gefaltet? Windiger Tag. Falten Ziel immer noch ein bisschen ungenau. Aber Blank bringen uns runter. Kein Waffe! Ich euch gesagt. Seht! Blank helfen. Blank aufspüren, Jeke. Folgen Gestank. Oh, ein rüsselloser Elefant könnte diesem Gestank folgen. Wie das stinkt. Ah, schön, oder? Was soll das heißen, du hast sie verloren? Wächterin sehen Jeke. Wächterin sehen nicht Jeke. Jeke verlieren Wächterinnen. Oh, Jeke auch Horn verloren. Jeke nicht verloren, Horn. Jeke tauschen Horn. Für das, mit wem Jeke getauscht. Nicht mehr erinnern. Jeke machen viel Tauschhandel. Händler Jeke geben jedem gleiche Chance. Jeke gerade erinnern. Jeke handelt mit Ritter der Vergeltung. Jeke, Blödmann. Meridian, großer Ort. Schwer zu erinnern, wo Ritter sind. Nicht, wenn du losgebunden werden möchtest. Blank erschnüffeln, Ritter, aber... Jeke stinken zu stark. Ja, zwischen euch beiden ist das wie in einer Symphonie des Gestanks. Das hier ist alles nur eure Schuld. Ich? Du so herrisch. Blank hatte niemals Gelegenheit zu reden über Horn. Wenn du meine Garage nicht zugemüllt hättest... Kein Müll! Müll! Leute, wir haben uns um Wichtigeres zu kümmern als um Müll. Kein Müll! Was auch immer, das eigentliche Problem ist, dass die Ritter das Horn haben. Nicht, Ritter! Jetzt widersprichst du dir aber. Ihr habt das Horn zurückgeholt. Okay, üben sie jetzt alle, wie man Laufstegmodel wird. Oder ist hier vielleicht irgendwas nicht ganz in Ordnung? Aussehen wie Trance-Marschierer. Weg hier! Blank höre in Horn. Warum wir nicht verhext wie Matt und Jeke? Das Horn muss direkt auf dich zeigen, weißt du noch? Dann du gerettet, Blank! Das war nur ein Reflex, okay? Wir gehen nicht zusammen zum Abschlussball. Sei still, Blank. Wir bekommen gleich Besuch. Ich habe dir befohlen, die letzte Wächterin in Trance zu versetzen. Wo ist sie geblieben? Irma ist ganz in der Nähe, Meister, mit Blank. Dann benutze das hier, um sie aufzuspüren. Geht. Wir warten am Lager der Nomaden auf euch. Aber wir werden nicht lange warten. Keine Angst, Blank kennen Wald und diesmal Blank retten Irma. Okay, aber den Abschlussball kannst du vergessen. Habe Idee. Irma benutzen übernatürliche Kräfte. Oh, ich habe es schon versucht, aber irgendwie müssen die Akkus ihrer mentalen Handys leer sein. Dann Blank falten uns nach Heatherfield verstecken. Und wie sollen wir unsere Freunde retten? Außerdem würde Will uns folgen und in Trance blasen. Blank wusste, Horn ist Ärger. Ob die Strafen hier in der Gegend wohl hoch sind, wenn man einen Passierer schlägt? Was machst du denn da? Blank schlau, was? Ja. Oder auch nicht. Sollen wir hier im Dunkeln sitzen und die Luft anhalten? Warum Irma halten Luft an? Hallo, riechst du nicht auch diesen widerlichen Gestank? Du meinst meine Schätze? Du müllst meine Garage zu und dabei hattest du schon eine eigene Müllhalde? Das riecht fast so schlimm wie du. Deswegen ist es übrigens auch für Jig so einfach, uns aufzuspüren. Hast du schon mal ein Bad genommen? Blank nehmen Bad. Blank nehmen viele Bäder. Oh. Wo ist das dein, es tut mir leid, Lied? Blank erinnern. Bestimmte Melodie brechen Zauber von Horn. Bestimmte Noten machen Horn auflösen in nichts. Puff. Du hast recht. Und wie ging diese Melodie? Nicht mehr weiß, wünsche Caleb hier ihr letztes Mal Spielenmelodie. Oh, ich wünschte irgendjemand wäre hier, nur nicht du. Wertvolles. Nicht wertvoll, wertlos. Das ist wertloser Müll, genauso wie du. Spur, enden hier. Müssen hier drin sein. Bewegt sich nicht. Oh. 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 Wie lenkt man denn dieses Ding? Lenken? Oh. 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 Hilfe. Blank kann nicht schwimmen. Blank. Oh. Wasserflach. Blank trotzdem hassen wir nass werden. Nein. 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 Das ist morgen kommt der Weihnachtsmann. Blankwissen schon mal irgendwo gehört. Glaube brauchen Blankwissen. Die griechen Blank hier überall sein. Blank wusste, dass nützlich sein werden. Blank, sie kommen her. Lauf, bevor sie uns fangen können. Heilin, hör auf. Wir sind deine Freunde. Und, hat es geklappt? Nein. Nein. Und endlich stehen alle fünf Wächterinnen unter dem Zauber des Horns. Gib auch dieser Wächterin ihre vollen Kräfte. Wächterinnen, seid vereint. Wasser. Und nun brauche ich zum Abschluss nur noch einen allerletzten Trance-Marschierer. Du wirst das hier noch einmal benutzen für Königin Elyon. Blank! Bist du bereit? Was? Du kannst die Ohrstöpsel wieder rausnehmen. Übrigens, guter Plan B. So konnten wir das Horn nicht hören. Ja, genau. B wie Bienenwachs. Sehr lecker. Bist du jemals über ein erstes Date hinausgekommen? Egal, das war gute Arbeit, wie du vorgespielt hast, dass dein Kopf völlig leer ist. Blank nicht vorspielen. Blanks Kopf immer sein komplett leer. Na, dann mach ihn voll und konzentrier dich. Wir brauchen unbedingt diese Noten. Das ist Schneeflöckchen Weißröckchen. Dann hole ich lieber das Horn. Es geht doch nichts über die Kräfte einer Wächterin. Es sei denn, es sind die einer anderen. Cornelia, Blank danken, wenn Cornelia wieder Cornelia sei. Matt, bitte, ich möchte dir nicht wehtun. Blank, das egal sei. 2 gegen 6. Das ist nicht gut aussehen. Du weißt doch, sie stehen unter dem Bann. Ihre Gehirne sind im Kostland, also müssten wir sie austricksen können. Leicht zu sagen für Irma. Irma haben ihre Kräfte. Blank haben gar nicht. Das ist nicht wahr. Du hast doch deinen Müll. Sogar sehr, sehr nützlichen Müll für uns. Überraschung. Blank, der Mächtige. Blank, der Ängstliche. Blank, der Mächtige. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, das ist doch alle meine Entchen. Das ist es, die Noten, die Noten. Hör mal, wo bist du denn gewesen? G-Cutters Horn des... Moment, warte mal. Zauber ist gebrochen. Horn jetzt weg. Ja, und sollte es jemals wieder auftauchen, wird es sehr schwer zu spielen sein. Heitor hat irgendetwas über einen gebrochenen Zauber gerufen. Dann sind er und die Ritter geflohen. Nicht so schnell, Jig. Dieser Schlamassel war deine Schuld. Aber eine Strafe sollte von einem Gericht einesgleichen verhängt werden. Da wir hier einen ehrlichen, treuen und immer nützlichen Passierer an unserer Seite haben. Nee, ein großer Schlamassel braucht ein großes Bad, Jig. Großer Stinker. Nein, Jig, was bin das wert? Ja, Jig. Großer Stinkerombt. Ja, Jig. Großer Stinker. Untertitelung des ZDF, 2020